Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, heute ein etwas anderes Video, ja. Ich habe von einigen Kollegen gerade die Nachricht bekommen, dass der Newstime ein Video gemacht hat, wo unter anderem ich auch erwähnt werde, weil ja heute massenhaft, also wirklich tausende, wenn nicht sogar zehntausende oder mehr, ich weiß es wirklich nicht, Videos gesperrt worden sind von Studio 71. Ich habe auf Instagram und Twitter dazu was gerepostet von Ju, wie das heute Morgen alles zustande gekommen ist. Und ich würde sagen, schauen wir mal das Video von der Newstime an. Ich kann da noch ein bisschen was erzählen, wie das genau los ist, weil viele Leute fragen sich, was passiert ist. Ich denke mal, Newsy wird jetzt hier einiges sagen. Ansonsten werde ich noch ein bisschen was dazu sagen, Freunde. Bin auf jeden Fall gespannt. Wir schauen rein. So, moin moin, YouTube ist in Aufruhe, wir haben es. Real Talk, ja, Real Talk. Besonders im internationalen Bereich ist es krass diesmal. ...mit einem riesigen Thema zu tun. Das Multichannel-Netzwerk Studio 71 hat heute zahllose Videos gesperrt und auch Livestreams ebenso gesperrt. Und unterschiedliche YouTuber haben sich hierzu bereits zu Wort gemeldet. Studio 71 hat hierzu auch schon etwas gesagt. Auch korrekt, ja. Und wir gehen jetzt auf die Themen ein. Der YouTuber Julian Bem hat heute auf Twitter Folgendes geschrieben. Hallo Studio 71, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Rechte unserer eigenen Videos bei uns liegen. Es werden gerade Reaktionen von Netzwerk 71 geklappt, indem ich schon längst raus bin. Wie kann so etwas eigentlich passieren? Sorry an alle Reaktor. Hierzu hat Julian Bem einen Screenshot von dem YouTuber Flo der Flo gepostet. Hier wurde das Video von diesem entsprechenden YouTuber gesperrt. Der bin ich in diesem Fall, Freunde. Das Video war ein Reaction-Video von dem Video von Julian Bem, wo er eben davon gesprochen hat. Das ist mittlerweile auch wieder online. ...was er mit dem Hauptkanal aufhören wird. Und was hier ganz besonders auffällt, hier steht ja urheberrechtlich geschützte Inhalt und dann Goodbye Julian Bem auf richtige Worte an ihn. Rivenside... Das ist eben das Ding. Also das ist eben das Ding. Das Problem ist, Ju ist nicht mehr bei Studio 71. Revi, soweit ich weiß, ist schon noch bei Studio 71. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall dachte sich Studio 71, beziehungsweise das Copyright-Claim-System von Studio 71... Ah, wir claim jetzt mal, also das Video von Revi gehört uns, Studio 71. Und da Revi eben in diesem Video auf das Video von Ju reagiert hat, dachte das Claim-System, okay, alles was bei Revi zu sehen ist, gehört Revi, gehört uns. Und weil eben bei Revis Video und in meinem Video beides das Video von Ju zu sehen war, dachte das Claim-System, dass ich Content von Revi benutzt habe, obwohl Revi ja Content von Ju benutzt hat. Und deswegen wurde es bei mir geclaimt. Ich bin dazu heute Morgen aufgewacht. Ich kann es euch ganz kurz zeigen. Und habe es dann Ju geschickt. Ich habe mir eine Sparnachricht geschickt, die kann ich eigentlich auch direkt... Yo, was geht Ju? Ich wollte nur kurz Bescheid geben. Es wurden gerade bei mir einige Videos irgendwie gesperrt von Studio 71, weil die wohl irgendwie eine Reaktion von Revi auf deine Videos urheberrechtlich geschützt haben und dadurch jetzt wohl irgendwie in meinen Videos durch den automatischen Filter wahrscheinlich... Auf jeden Fall, ich erzähle es ihm da eigentlich nur. Dann habe ich eben diesen Screenshot geschickt, den man jetzt auch im Video sieht bei Hernewstime, weil wir uns halt gewundert hatten, dass es durch Revi geclaimt wurde. Es ist halt komplett durcheinander irgendwie. Also wirklich, ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist, aber es ist auf jeden Fall richtig durcheinander einfach. Und da hat Ju halt auch nur geschrieben, WTF bin ich noch gar nicht mehr da drin. Da habe ich es nochmal erklärt. Und da meinte Ju auch nur, oha, ich kümmere mich drum. Hat er ja auch gemacht. Dann war auch direkt alles geklärt. Also meine Reaktion auf Ju sind schon längst wieder online. Da wurden, glaube ich, drei, vier gesperrt. Die sind direkt wieder online gegangen. Krass, Klassenfahrt und unsympathisch ist gerade noch komplett weg. Da bin ich aber auch dran, dass es zurückkommt. Aber ihr seht, das ist ein viel, viel größeres Problem. Und hatte Ju auch direkt den Tweet gepostet, als ich ihm das gesagt hatte. Keine Ahnung. Reaction, Real Talk. Wie kann so etwas passieren? Julien Bam selber gehört schon nicht mehr zu Studio 71. Allerdings der YouTuber Rivenside gehört zu Studio 71. Rivenside hat auf das Video von Julien Bam reagiert, hat ein Reaction-Video dazu veröffentlicht. Und da Rivenside im Content-ID-System von Studio 71 sich befindet, wurde dann das Video, worauf Rivenside, beziehungsweise das Video von Rivenside, wurde dann als Grundlage dafür genommen, eben, dass andere gesperrt werden. Und die Videos wurden eben nicht nur geclaimt, sondern tatsächlich gesperrt. Und Studio 71 hat sich hierzu auch schon geäußert. Studio 71 hat dazu Folgendes geschrieben. Es liegt momentan ein technisches Problem bei YouTube vor, welches zu fehlerhaften Claims führt und auf das wir keinen Einfluss haben. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle fehlerhaften Claims schnellstmöglich freizugeben. Vielen Dank für euer Verste... Das check ich halt nicht. Das check ich halt nicht. Wie kann sowas passieren? Wie kann sowas passieren? Wie kann sowas passieren? Es sind besonders auch Let's Player betroffen, weil dann das Content-ID-System anscheinend entweder den Soundtrack, die Spiele-Sounds oder eben welche Cutscenes in irgendwelchen Games für sich geclaimt hat und dadurch weltweit Let's Player geclaimt werden, beziehungsweise gesperrt werden direkt. Ich check's nicht, wie sie darauf keinen Einfluss haben können so direkt. Was man sagen muss, es betrifft eben nicht nur dieses eine Video, sondern es haben sich ganz, ganz viele YouTuber gemeldet. Also bei mir waren es glaube ich 30, 40 Videos, die jetzt gelöscht sind gerade, also gesperrt aktuell. Und wenn es allein bei mir 30, 40 sind, das ist weltweit das Problem. Die ebenso fehlerhafte Claims von Studio 71 bekommen haben. Studio 71 hat ein Content-ID-System, welches automatisch funktioniert. Und dieses Problem tritt anscheinend auch gerade nur bei Studio 71 auf, dass eben massenhaft Videos gesperrt werden. Und hierbei handelt es sich nicht nur um Reaction-Videos, sondern auch um Let's Plays. Also wenn zum Beispiel ein Studio 71 YouTuber ein Let's Play von einem Spiel spielt... Das ist eben das, was ich sage, weil die halt denken, also das ID-System denkt, alles, was in diesem Video zu sehen ist, ist unsers. Bäm, also auch Soundtracks, Spiele-Sounds, I don't know, whatever, alles. Kann es, dann hat es dazu geführt, dass eben ähnliche Sequenzen, gleiche Sequenzen von anderen zu Unrecht ebenso gesperrt wurden. Und die Videos wurden dann offline genommen. Dass Studio 71 mit solchen Problemen zu kämpfen hat mit ihrem Content-ID-System ist für die Alten unter uns auch nichts Neues. Es ist schon öfter passiert. Es passiert alle Jahre wieder gefühlt. Aber das ist das erste Mal, dass es so riesig ist. Es ist genau das Gleiche schon einmal gegeben, wo es sich auch Studio 71 dafür entschuldigen musste, dass sie fehlerhaft Videos gesperrt haben. Massenweise fehlerhaft Videos gesperrt haben. Und hierbei hat es auch nicht nur den deutschsprachigen Raum getroffen, sondern auch den internationalen Raum. So auch heute. Heute hat es ebenso auch internationale YouTuber getroffen. Das hat die ganze Seite in gewissem Sinne betroffen. So hat beispielsweise der internationale YouTuber King George heute auf Twitter geschrieben, dass er ebenso fehlerhaft von Studio 71 geklämt wurde. Studio 71 hat sich nun zusätzlich auf Twitter noch einmal geäußert und hat geschrieben, dass wenn jemand fehlerhaft geklämt wurde, dass man dann Einspruch einlegen soll. Und Studio 71 dann innerhalb von Minuten dieses Video wieder freigeben würde. Also sollte jemand von euch fehlerhaft geklämt... Okay, okay, das ist echt hilfreich. Das ist hilfreich, aber trotzdem kann es ja nicht passieren. Also ich verstehe es nicht. Sie sagen ja, es ist nicht ihr Fehler, es ist von YouTubers, wo sie ihre Hände nicht drin haben, was ich nicht verstehen kann. Warum ist es nur bei Studio 71 so? Warum das dritte Mal in drei Jahren gefühlt? Und warum kriegen sie es nicht gebacken, das irgendwie hinzubekommen so? Ich check es nicht. Es macht für mich keinen Sinn. ... und euer Video ist jetzt offline. Euer Video wurde gesperrt. Dann stellt einen Einspruch ein und Studio 71... Also macht es auf jeden Fall an alle. Macht es. Macht es bei allen euren Videos. Macht es. ... jedenfalls beteuert auf Twitter, dass sie dann das Video freigeben. Das, was jedenfalls ziemlich einzigartig ist bei Studio 71. Ihr wisst, es gibt mehrere Multi-Channel-Netzwerke, die eben so einen Content angeben. Okay, ich denke mal, das reicht für die Information. Auf jeden Fall. Ich werde dann gleich bei mir die 30, 40 Videos alle einzeln wieder versuchen, online zu bekommen. Kurs geht raus an Studio 71 auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank an Ju, an Annika, die sich direkt drum gekümmert haben, die direkt Kontakt hergestellt haben, die direkt den Twitter-Post und sowas rausgeballert haben. Sehr hilfreich, Freunde. Nur, dass ihr Bescheid wisst, was los ist. Deswegen krass. Klassenfahrt ist gerade alles offline, soweit ich weiß. Und die letzten 8 bis 10 unsympathisch-TV-Reactions auch. Ich werde gucken, ob die gleich wieder online gehen. Ansonsten muss ich nochmal zu Jonas oder so direkt Kontakt herstellen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, Freunde. Das ist gerade los. Ja, Hurensohn, Alter. Freunde. Wir sehen uns, habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.